Man hört die ganze Zeit nur noch, hier, rein ins Dschungelcamp, raus ins Dschungelcamp, rein ins Dschungelcamp hier. Man versteht überhaupt nichts mehr hier. Und wir hocken hier im Camp hier drin, hier, du. Ich habe keine Ahnung, warte auf die nächste Prüfung. Und dann, ja, wenn wir Glück haben, kriege ich immer mal einen Stern, gell? Also, ach, das hätte man ja nicht gedacht, gell, gell, also, echt Wahnsinn, gell, Mensch. Und dann muss man immer gucken, ach, wenn ich ein Feuer, dass das nicht ausgeht und alles da. Und es regnet ja auch so ein bisschen, gell, und ach, Mensch, was geht denn ab hier im Camp, Mensch?